ich werde sterben alter oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh leute was geht denn euer swiss alias tun sie ist natürlich wieder mal der bunte bunte pack am start herzlich willkommen hier und jetzt und so zu meinem neuestem und erstem video seit ungefähr 100 milliarden jahren und ich wünsche euch natürlich viel spaß und letzte go und mein freund oder kumpel halt in deutschland sagt man ja glaube ich freund nicht kollege oder ich weiß doch auch nicht was die deutsche sagen sagt man auch kollege ja das kann man sagen man sagt auch kollega oder kollegie kollega wo bist du ich bin dort wo du nicht bist garantiert alter hier gibt es eine ak-dienst ak74 rufen und so nicht ist so wichtig ich kenne ich gleich was ich habe einfach so geraten oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott alter nach ungefähr fast einem jahr vergeblich first track kill alter oh mein gott oh mein gott ich kann es einfach nicht fassen also dass ich gerade zuerst kill gemacht habe dass das kam gerade so richtig plötzlich ich sehe aber wo bist du bist du hast du kannst du kannst meine schritte sind stimmen wie kann man das weg machen wie kann man dieses schritte dingspunkt weg machen du bist so ein lügner alter warum bist du so ich kann sie eigentlich nicht nur mit dem Spaß jetzt immer sind ich bin 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 es ist ich bin ich bin Alter meine Fresse ich kann es ich bin es ist ein assist aber ich bin doch der einzige der hier ist wer soll mir denn wer wen sollte ich denn assisten oder halt das automatisch auf den also auf dich zu ach so so ein boot mäßig ja doch geht ja fünf ist schon schon so ein bisschen doch aber das ist doch cool oder nicht es ist ein stetig dann hat das automatisch weißt du oder hast du das nicht eingestellt bekommen mit maßen was man keine einbot drin was soll ich dich nicht töten oder wie ja ich guck mal kommt kurz los dann warte ich hier einfach mal und snipe dich nicht ach du meine fresse wie geht ja dann macht es von gut einfach so aber irgendwie schon krank was wir spielen wir spielen einfach so als ob wir uns umrühren würden aber das ist halt eben geht hier abfüllen dann kann man nichts ändern hast du es kann es weitergehen ich werde mich jetzt verstecken wir haben schon aus dem sicheres stets sehen wir die bitte ich glaube dass ich das sehe und zwar diesmal ist das du bist dass du mich siehst und ich sage ich habe er gesagt dass sie nicht aber ich sehe ich nicht die sollte denken dass ich das sehen danke für die information sehr nett von dir ja scheiße was ist daran scheiße jetzt weiß ich dein geheimnis deswegen jetzt kommt jetzt gesagt jetzt nicht noch lustiger aber wo bist du denn eigentlich du weißt nicht wo du bist du kannst dich mal den ort beschreiben wo du bist ja also warum sagst du denn keine ahnung soll ich dir sagen wo ich bin ja klar ich bin neben dir wirklich wie vermittelt ich nehme mir herrn ist nicht nein ich habe jetzt 360 grad gedreht dich tätig bist du wirklich hier warum liegst du so heißlich alter was bist du nur für ein pinocchio ja echt jetzt kommst du bestimmt aus der ecke hinausgejump ich hab dich gestorben ich habe auch noch so gut unglaubliche tun sie alle auswischen und von den Zeitraum eckte wählt also ist so richtig das ist hochgenommen was muss ich ganz ehrlich sagen also ich dachte ich hab dich nein nein ich sterbe habe ich dich auch habe ich dich auch ja ja aber ich habe mich auch umgebracht ist es gut ich glaube nicht ich habe einfach so aus dem nächsten selbstmord begangen sie haben es jetzt gegenseitig auf der parte hier der süchtige gta spieler du kennst sich viel besser aus als ich also mit süchtig meint x meinte ich nix schlimmes wo bist du denn wieder wo sind sie denn nur nein ja dieser geile modus alter ich mach kurz sex und warte mal wie bitte was machst du alles gut so ich bin es bereits ok nein was habe ich nur getan das habe ich nur wo bist du du bist bestimmt gleich hinter mir oder nein oh mein Gott die Lüge von mir Lüge von mir Lüge von mir Lüge von mir warum versteckst du dich kaum und sie hin oh mein Gott du hast auch Bazookas oh shit 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 du hast auch Bazookas jetzt wird es danger jetzt wird es so richtig gefährlich ne ich hab noch was anderes ich hab noch was anderes und was das spürst du jetzt wo bist du denn wo bist du ne ach du meine Fresse alter holy shit 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 holy shit shit ach ja den hab ich ja auch wo bist du ne ich frage mich nur warum er dir du nein 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 was bist du eigentlich nur für ein Mensch warum sagst du eigentlich kein wort willst du nicht auch mal was sagen wir bin so was hast du gesagt ich hab kein wort verstanden alter was hast du gesagt alles perfekt alles perfekt ok nein was mach ich nein was mach ich ich kann gar nichts machen ich kann überhaupt nicht da da hoch schießen ja 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 geil nice ich dachte du kannst nichts machen hier ne ja das dachte ich auch und dann plötzlich ging es einfach so aus so einfach so aus mit nix weißt du ok schnell schascha schascha du opfer hä was hast du getan wasser lol ich hab gar nichts mitbekommen was bist du denn für ein Pinocchio ok ne du hast jetzt gar nicht gelogen warum genau gemacht nein es versucht mich von der ferne zu holen hä ich kann hä nein mach du dummer Mensch du dummer Charakter holy shit holy shit es greift mich an ich glaub du bist richtig aggro gerade kann das sein also was ist los bei dir oh mein gott oh mein gott will ich töten nein ich kann Waffen haben hä ich gehe ganz einfach aus ja toll das ist die Zeit zu Ende du bist wirklich na alter was ist die Zeit zu Ende ja gleich hä wo es heißt doch nicht um zu aber warum hast du denn wir haben ja auch unbegrenzt gelb muss er oft zu tun es hat sich nicht da oben auf zeiten kommt kommt nein ich sterbe so das ist 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 du hast ein entwickelt kann das sein das ist das 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 ist das das ist falsch verstehst warte töd mich mal bitte nicht töd mich mal ohne witz ich mach keinen spart kenn mich mal nicht kenn mich mal wirklich nicht weißt du weil es gibt leute die verstehen das falsch wenn man sie irgendwie killt oder so und dann freut man sich weißt du aber ich meine es wirklich total normal also ich will dich jetzt nicht irgendwie ärgern oder sowas sondern ich habe einfach fast ein jahr oder über ein jahr nicht mehr gezockt und keine ahnung das ist aber lustig okay wenn du bereit bist dann kannst weitergehen ist okay kannst weitergehen ich okay super damit zu können komm aus ach du meine güte du kommst hier mit granaten werfer einfach so kasih denn ich werde sterben ue OH MY GOD OH MY GOD OH MY GOD 2 Euer ein 4 3 4 2 2 4 4 was wollen sie von mir nein du kennst mein standort das ist gerade richtig überflüssig was noch zwei kids toll kennt sich besser aus du bist ein süchtiger jungen jetzt wird zwar du bist ein süchtiger gta-spieler ich begreife irgendwie gar nicht wo du bist man ja ich kann nicht auswachsen ich muss nach 10.000 mit schon mal Dings hier machen nur die Zonka ach du meine Güte oh Gott habe ich schon oh mein Gott dieser unglaubliche Tonsi alias Swissive Modus ist activated liebe Freunde und lieber Killer Brother das ist echt zerstört also das ist mein erstes spiel seit knapp ein jahr oder plus minus ein jahr vor allem deathmatch habe ich in GTA kaum gezockt ich habe so oft eher rennen gezockt ach du meine Güte so das war schon ja können wir gerne machen oder lass mal ein renntzocken ok also Leute von heute Freunde von heute oder auch wilde Meute oder irgendwas anderes das noch cool ist machts gut und wenn euch das Video gefallen hat könnt ihr gerne ein Like oder ein Kommentar da lassen für den Fall dass ihr neu seid könnt ihr auch gerne abonnieren wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt oder wenn euch das Video gefallen hat ich würde einfach mal sagen machts gut bis zum nächsten mal haut rein und peace bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal